Es weihnachtet. Wenn weiße Flocken auf die Erde knallen, alte Männer unter Tannen Gedichte lallen, wenn Oma, Opa, Onkel und Tante mit Glühwein geben sich die Kante, wenn Kinder Wunschzettel kreieren und unzustellbar adressieren, wenn man selbst vom Sparzwang sich entbindet und dennoch Geiz als geil empfindet, wenn Vater im Wald ganz ungeniert frühmorgens einen Nadelbaum liquidiert, um ihn bestimmt mit Kugeln und hässlichen Schellen im Wohnhaus in den Weg zu stellen, wenn Mutter dann höchst irritiert auf die Frage von Vater reagiert, ob sie ihm heute am Heiligen Morgen hierzu einen Ständer könnte besorgen, wenn's überall nadelt, bimmelt und schellt, man aller Orten über Weihnachtsmänner fällt, wenn die Kinder die Weihnachtsplätzchen kotzen und Opa hört überhaupt nicht mehr auf zu motzen und der Vater ist von der Bohle schon ganz breit, ja dann ist besinnliche Weihnachtszeit. Du heisst! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020